Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Wolzen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder ein paar Informationen, was das nächste Update betrifft. Denn mit dem nächsten Content Update wird der sogenannte War Table ins Spiel kommen, der neben den Expeditionen vier neue Endgame Aktivitäten ins Spiel bringen wird. Diese vier neuen Endgame Aktivitäten nennen sich Fluchbrecher, Ansturm, Kopfgeldjagd und Sabotage. Was es mit den vier Modi genau auf sich hat, dazu hat das Team leider noch nichts genaues preisgegeben. Am War Table hat man als Spieler die Wahl zwischen verschiedenen Missionstypen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die zu einer bestimmten Belohnung führen. Die Belohnung wird dann je nach Schwierigkeitsgrad und Missionstyp schon vor Start der Mission angezeigt, damit man weiß, was man bekommt und hat somit eventuell auch die Möglichkeit, nun etwas gezielter zu farmen. Ebenso werden neue Gegner mit neuen Fähigkeiten und Angriffsmustern ins Spiel kommen. Das werden aber nicht die einzigen neuen Sachen sein, die mit dem nächsten Content Update ins Spiel kommen. Man wollte jedoch erstmal nur einen kurzen Ausblick geben, was für das nächste Update geplant ist. Dieses Update sollte uns ja Mitte Dezember erwarten, nachdem es schon zweimal verschoben wurde. Und was soll ich euch sagen, Leute? Das Update wurde noch einmal aufgeschoben und wird nun erst im neuen Jahr erscheinen. Das Wolzen-Team hatte zwar die Möglichkeit, das Update zwischen Weihnachten und Neujahr zu veröffentlichen, man entschied sich jedoch dagegen, weil über diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wohl kein Team zur Verfügung steht, was zum Beispiel am Bugfixes hätte arbeiten können. Deswegen auch die Entscheidung, das Update auf Anfang nächstes Jahr noch einmal zu verschieben. Das waren auch erstmal die neuen Infos bezüglich des nächsten Content Updates. Und mir tut es natürlich leid, dass ich euch wieder keine positiven Nachrichten bringen kann, was den Release dieses Updates angeht. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da und abonniert vielleicht diesen Kanal hier, wenn ihr keines der nächsten Videos mehr verpassen wollt. Nun wünsche ich euch erstmal noch ein frohes und vor allem ruhiges Weihnachtsfest. Genießt die Feiertage und bleibt vor allem gesund. Und nun sagt der Henry wieder Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.